So, hier ist jetzt folgendermaßen der Bug vor Beschloss erreicht. Dementsprechender Weise befinde ich mich jetzt hier auch immer noch auf Fußstreife. Und zwar jetzt um 17.18 Uhr und zwar in der Nähe vom Praterstern bzw. am Bahnhof Praterstern. Und ja, auf jeden Fall stabilerweise ist heute definitiv meine Katze im Sack. So viel kann ich schon mal versprechen wie das Arm in der Kirche. Ich verstehe das Arm. Ich verstehe das Arm. Ich verstehe das Arm. Ich verstehe das Arm.